Alles für die Soße? Genau, Soßenmeister. Und kalt war das zum Verfeinern. Aha. Damit machst du die Basis-Soße. Soßenmeister, ist das neu? Ja, je besser die Basis, desto besser die Soße. Desto schöner der Abend. Na, vergreif dich nicht, Meister Koch. Höchstens an dir. Zu spät. Noch Soße? Hm, gern. Seit wann kannst du so meisterhaft kommen? Für manche Sachen ist es nie zu spät. Auf den Tag pressen mit Lust und Liebe.